Herzlich Willkommen zu meinem Let's Play Vardan Folge 5 Verdunee! Verdunee, ich spiele mit Apo Jo, servus Hobbiteri, Tom & Jerry Ich bin tot Oh, ich hab einen erwischt, mit Glück und ich bin tot So, es ist ganz schön scheiße nur mit Anfänger zu spielen Ist auch ganz schön scheiße nur mit Spaten zu spielen Ja gut, ist aber ein Fehler Hey krass, wie schnell ich gestorben bin Der Typ ist voller Sniper Mann Und ich bin auch tot Die Waffen sind geiler von dem Team Ich bin wieder tot, von dem gleichen Typen Warte, guck mal was, ja nehmen wir mal den hier, was auch immer das ist Verschwinde ich all deine Punkte geh, ich hab nur noch 2, voll scheiße Ach, kostet das Punkte zu switchen? Sie, nein, nein, ich meine die ganze freischalten und so Ich hab nur eine Handfeuerwaffe, also, okay Handfeuerwaffe ist richtig gut für Graben, Gruben Hast du gesehen wie so ein Ninja, Alter Ja, Mann So, bleiben wir jetzt mal ein bisschen hier stehen Alter, auf uns wird schon geschossen Tuck dich runter Ich geh doch runter Ah, jetzt Hab ihn erwischt Oh fuck, jemand kommt Nein, die können hier nicht kommen Aber jemand zieht auf uns grad Die Gewehre sind hier richtig geil Du hast ne hässliche Pistole Ne, ich nicht Äh, hässliche Brille, wollte ich sagen Ich hab ne hässliche Pistole Das stimmt ja Run, 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 baby Das ist keine gute Idee Okay, doch Nein, ich bin tot Alter, ich werde angesniped Run, baby, run Oh nein, ich häng fest Oh nein Run, baby, run, 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 run Run, baby, ich seh keinen, run, run, run Ratte mir gleich Gas gemacht habe, alda Dann können sich ja alle vom salad Ist voll rassistisch entrlich Ja Das die Mittelmächte Gas haben Apo, du hast das richtig vorteil gewonnen Ja Hab gerade einen rasiert Bloß Touml Da ist noch einer, komm schon nach. Warte, ich bin bei dir. Noch einen rasiert. Habe ich keine Granate. Geht da nicht hin. Hab ihn. Hab noch einen. Alter, du rasierst gerade. Ich rasier gerade übel, Mann. Ja, ja. Die sind bei mir gespawnt, Apo. Wow, hinter dir, oder? Die sind alle bei mir gespawnt, Alter. Ich denke mir so, what the fuck? Oh, Alter hat er mir gegeben, Mann. Der hat mir übel gegeben. Etwas Waffenspezialist hat Maschinenpistole, gell, als T3. Echt, oder? Jo. Das ist, was ich habe, meinst du? Ne, Maschinenpistole. Ach so. Du bist jetzt Nahkämpfer. Okay. Angriff. Angriff, Jump. Ich bin tot. Schon wieder von dem Typen. Alter, der hat voll die geile Position, glaube ich. Position ist auch. Aber echt, Position ist wirklich alles, Mann. Ja, das ist echt. Ich bin wieder tot. Und Spaß, bis ich mal in den Gruben bin. Da bin ich schon zehnmal gestorben. Kann man sich heilen hier? Nein, 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 das ist nur Deko. Du, wenn du erwischt wirst, bist du eh tot. Okay. Wenn's ganz gut läuft, dann hast du noch ein bisschen Leben und dann regnet sich von selbst. Okay. Boah, Alter. Boah, Alter. Ich bin jetzt da. Da bin ich jetzt beim Gruben. Bauen gleich bei dir, glaube ich. Alter, du wirst angeschossen. Da oben, da oben. Alter, der hat uns weggefetzt, Mann. Ich hab überlebt. Der ist da oben, Alter. Ich wollte grad schießen auf ihn. Aber richtig. Ich hatte echt nur Glück, dass ich überlebt hab. Ah, da war doch einer. Die Puzine sind wohl gerade für den Arsch. Ja. Run, Baby, run. Was für Dessertöne, Mann? Was? Ich kann rechts nicht, ich kann links nicht. Der war gerade, ein MG-Schützer hat gerade aufgebaut. Schieß, fang ganz schießen und ist tot. So schnell geht's. Warte, was für eine hessige Waffe hat denn der, Mann? Ich bin tot. Schon wieder von dem Typen. Wo hat er sich denn verkämt? Haben wir es geschafft? Angliff. Angliff. Pass auf, überlebt ein bisschen, bis ich spawne. Pass auf, überlebt ein bisschen, bis ich spawne. Attacke. Warte, 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 warte. Da ist einer. So, Apo. Los, los. Ich bin hinter dir. Ach du Scheiße, komm zurück, Feiking. Achso, ich war doch nicht hinter dir. Da ist jemand, da ist jemand. Da kämpf dich. Wo, rechts oder links? Links, links, links. Ab den. Sehr gut. Ich glaube, da kann man nicht lang, oder? Hier kann man lang. Ach, du Scheiße, doch nicht. Okay, warte. Weiter hier auch nicht. Zurück, zurück. Hier, komm, wir können uns. Scheiße, sag nicht. Ich hab jetzt. Apo hier, Apo hier. Alter. Da waren drei Leute, Digga. Ja, Mann. Das ist halt scheiße, wenn das ganze Team nicht abdeckt. Ja. Das ist halt eine Lücke offen, da können die da durch. Alter, 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 Alter. Sapo. Alter, den wollte ich gerade geben. Äh, ah, Scheiße, unser Squad ist voll. Ja, Mann. Er wollte gerade wechseln. Jetzt schon spät. Ja. Scheiße, der hat gleich wieder übernommen, gell? Dann müssen wir angreifen. Leider gesagt, als... Soldatenhammer, äh, Alter, schon wieder tot. Soldatenhammer, die Übermasse. Ah, ich bin wieder da. Ich bin hinter dir. Wenn du stirbst, dann weiß ich. Okay. Yo, danke. Oh, Alter, hinter dir, hinter dir. Ab den, ab den, ab den. Apo, du Idiot. Ich hab doch hinter dir gesagt, Mann. Ich bin auch gemessen, Mann. Hast du gesehen, wo mein Trainengas-Ding gelandet ist? Ja. Ja. Sehr gut. Dort, oder? Jo. Das ist meine... ...Macht. Das ist auch so ein richtiger Nazi, ne? Na, sicher, Alter. Aha, jetzt bin ich am Arsch. Und das ist erst Anfang. Aha. Ja, von meinem Team. Schande. Oida. Der bleibt da einfach liegen und erschießt die, Alter. Boah, Digga. Ich hab's grad richtig erwischt. Duck dich, duck dich, duck dich. Ich hab's gesagt, duck dich. Ja, ich war grad dabei. So, ein MG-Netz, Alter, Typ. Oida, tschüss. Das ist die übelste Sniper-Map, leider. Ja, Mann. Und ich hab keine Sniper. Der eine Sniper hat 49 Kills und zwei Tode. Boah. Der sich die ganze Zeit umriegt. Ja, Mann. Der war die voll die geile Position. Ich bin hinter dir. Wie kann man das so pfeifen? Das kann... Ich bin tot schon wieder, Mann. Aber das ist eine gute Position jetzt. Überlebt, bis ich komme. Ja, ich bin tot. Ich hab extra gesagt, überlebt, bis ich komme. Ey, ich... Ich bin gezielt, aber der Schiff ist schneller. Aber im einen, der einer von unserem Team ist ja eh dort. Okay, doch nicht. Ich muss überleben. Gut zu wissen. Ja. Wir fangen ja mal zu überleben. Guck die Position ist... Ich bin tot. Schon wieder von dem Typen. Alter, ich schwöre. Hier, rase ich den. Wir müssen mal wieder in Sessionsing spielen, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. War schon lange nicht mehr. Ja. Es gibt jetzt Weckkämpfe, Alter. Bei den Sessions? Ja, Mann. Jetzt können wir echt... Gold, Alter. Diamant mindestens. Ich war ja Diamant. Halt die Schnauze, aber das war ja... Nein, Diamant. Doch nicht Diamant. Ja, ich war Gold. Du hast Gold. Ich war auch Gold. Aber jetzt gibt's Weckkämpfe jetzt. Ah, okay. Na, wird mal Zeit, dass wir danach... ...mein Sessionsing spielen. Abo, wir sind an der Front. Ja. Dann gib mir Platz. Du gehst voll lang. Gleich hier. Achso, ja. Ja, okay. Darf nicht sterben? Okay, ich komme. Ich komme. Ich komme. Dann können die bei mir spawnen, deswegen. Muss man die ganze Tremse so geistig gehen hat. Alter. Da waren viele woanders, ne? Ja, da sind zwei Leute. Die haben uns gegeben. Hab die gegeben, Alter. Vorsicht, links. Pass auf. Bombe. Wau ab, wau ab. Die Bombe ist doch weg. Das ist aber, das sind Typen. Du ne, bei mir gerade auf dem Boden. Äh, nein, nein, das bin ich nicht. Ich bin hinten in der Ecke. Mit Deckung. Oh, ja, da hat er mir wiedergegangen. Aha, okay. Es gibt einen Platz frei, gell, wenn du sitzen willst. Ja, ich schau gleich. Es ist, äh, ich hab keine Ahnung, was das ist. Nein, wir haben geschafft. Dann gehe ich mal ein bisschen vor, ja? Bin mal geswitcht. Oh, nein, ist der Spaten. Na, komm. Ah, ich bin tot. Kommandant. Da waren drei, vier Leute. Pass auf, gell. Ja. Oh, da sind acht Leute. Achso, fast. Oder fünf. Oder sieben. Gas, Digga, Gas. Ich vergas die gleich, pass mal auf. Gib, gib Gas. Gib mal Gas, Junge. Jemand schießt auf mich. Sniper wieder bittend. Ich wusste es. Der Hohnsinn. Oh, der hat mich auch. Muss überleben wieder. Ne, jetzt war der nicht. Hätte ich jetzt nicht den Spaten, hätte ich... Alter, ich schwöre, ich hätte richtig viel killst. Mindestens, oder? Ah, ich weiß, wo der ist. Der ist da oben auf dem Hügel. Welchen Hügel? Da hinten ist ein Hügel. Ja, ich sehe den. Digst du, der ist dort? Dieser Spaß. Da hinten ist der Hügel. Ja. 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 Geh lang. Geh weiter links. Und runter. Nein, Alter, ich hab's fast geschafft. Dann hätte ich für euch wieder den Spawn gesichert. Das war's doch mit der Folge, oder? Und, und, und. Ich hab nichts bekommen. Läuft. Oida. Spielen wir in Searchen See, oder? Ja, machen wir in Searchen See. Okay. Warte. Jawoll. Einmal. Jawoll, zweimal. Und mein Team, Alter, Alpha Echo. Der am besten vorrückende Trupp. Alpha Echo. Mann, wie ein T-Shit. Echt oder was? Jawoll. So. Das war's für die... Folge. Herzlichen... Dank... ...zuschauen. Lass ein Abo da, Kommentar, Like. Und ein Hate, bitte. Und ein Hate, bitte. Genau. Schreibt in die Kommentare, warum Alpha so scheiße ist. Ich will einen Aufsatz lesen. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Aufs rein. Ciao. Ciao.